Heute wende ich mich an euch mit einer wichtigen Botschaft und einem dringenden Aufruf. Diesen Samstag und auch an späteren Tagen werden wir gemeinsam auf die Plätze und die Strassen gehen, um für unsere Rechte zu kämpfen. Wir sind Teil eines historischen Zyklus. Aus Ungerechtigkeit formt sich Widerstand. Widerstand wird zu einer Bewegung. Aus der Bewegung entstehen Parteien. Und diese Parteien werden vielleicht eines Tages die Politik des Landes prägen. Und Stand heute ist das unwahrscheinlich. Aber das ist vielleicht auch ganz gut so. Denn schaut nur auf die Grünen. Sie begannen als eine Freiheitsbewegung gegen die Umweltzerstörung und Krieg. Doch mit der Zeit, als sie politische Macht erlangten, veränderte sich ihre Ausrichtung dramatisch. Und heute werden die Grünen von vielen als eine der führenden Kriegstreiberparteien in Deutschland angesehen. Diese Entwicklung muss uns als Mahnung dienen. Der Weg des Widerstands ist komplex und nicht immer vorhersehbar. Wir dürfen nicht naiv sein und denken, dass der Widerstand allein die Welt grundlegend ändern kann. Doch was der Widerstand immer leisten kann, ist, den Geist der Freiheit des Einzelnen zu wecken und wachzuhalten. Es geht darum, jeden Einzelnen von uns die Möglichkeit zu geben, dass er sich so entfalten kann, dass er zumindest die Chance hat, ein Leben zu führen, sodass er am Ende darauf zurückschauen kann und sich denken kann, es war ein sinnvolles und es war ein schönes Leben. Und in diesem Geist rufe ich jeden von euch auf, teilzunehmen und mitzuwirken. Lasst uns zusammenkommen, ein starkes Zeichen setzen. Doch dabei müssen wir persönliche Befindlichkeiten und Animositäten zurückstellen. Wir können es uns nicht leisten, durch Kleinigkeiten gespalten zu werden. Der Feind ist nicht unter uns, auch wenn manche so tun, als ob es so wäre und es vielleicht sogar glauben. Unser Feind ist das System. Es ist der Hygienefaschismus und der Medizinalrassismus, den die WHO und andere Kräfte in der Welt etablieren möchten. Und wer nicht fähig ist, über persönliche Differenzen innerhalb der Bewegung hinwegzusehen, der trägt nicht zur Geschichte bei, die wir doch alle schreiben wollen, sondern er bleibt ein kleingeistiger, engherziger Mensch, der vielleicht das Gute wollte, aber am Ende nichts Konstruktives hinterlässt. Bringt eure Energie, eure Leidenschaft und eure Entschlossenheit. Teilt diesen Aufruf. Bringt Freunde und Familie mit. Lasst uns gemeinsam zeigen, dass wir eine Bewegung sind, die mehr will als nur Protest. Eine Bewegung, die den Geist der Freiheit lebendig hält. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diese Botschaft zu hören. Teilt dieses Video, diskutiert die Ideen und seid aktiv dabei, für Freiheit und Gerechtigkeit zu kämpfen. Denn es ist die edelste politische Aufgabe, die es überhaupt gibt. Wir sehen uns in Bern für eine bessere Zukunft. Bis bald. Wir sehen uns in Bern. 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 Wir sehen uns in Bern.